Johannes und Georg Bomhardt, Gesang, Gitarre und Kontrabass. Alle drei zusammen bilden die Gruppe Sonne und Sterne. Viel Spaß damit, vorab zur 310. Montagsdemo gegen Stuttgart 21. Die Gruppe Sonne und Sterne 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 Ja, das ist so cool. Das ist so cool. Das ist so cool. Das ist so cool. Super! Tsch! Vielen Dank! An euch Heldenhafte! Heldenhaft! Sollt ihr sie besser durchhalten! Alles, was du siehst, du dies, du das! Oder tu es auch nicht und lass es bleiben! Denn darum geht es hier! Das sei wahr! Sei zu lassen! Wirst du noch Wörter darauf passen, also wenn du schaust, dann greif man her! Dann bist du eins und nicht gleich zwei! Dann bist du ganz und voll dabei! Ne, lass uns rausgehen an einem helllichen Tag! In diesem bin ich gerne bereit, alles zu geben! Denn wir zu leben bieten so viel mehr! Bleibe einfach so, bleibe einfach froh! Bleibe frei, teile dich nicht zu zweit! Du bist so, als was erscheint! Als geile Fläche vor! Jetzt bin ich die Einzige! Alle vor 8! Hast dich selbst gefreit von der Gier, von dem Neid! Von der Ecker-Sucht ohne Streit ohne Leid! Nee, ist es nur Wucht ohne Sucht die Welt zu besehen! Dann bin ich peinlich! Ich bin so, als ich kein Hoyer lager und auch auf der Gier! Das war ja so! Und dann bin ich die Inhalte! Oh, jetzt bin ich die Inhalte! Also, wenn du das nennt! Eckel weightier und dein Zudatraus ist nicht am J Planning! Ich bin das Gere, von dem Neid! Ich bin die Inhalte! Und wenn du das nennt! Ich liebe diesen Kaspar, ja super. Und das kleine Kaspar ist gut. Ja, genau. Was dich in dir regt, was dich bewegt, was du denkst, dir durch die Birne geht. Ich folge nicht nach, aber das ist nicht ein, dann kann es sich befreien. Kaum muss es nicht stehen, dann schon vergehen. Ganz von selbst, in der Kenntnis von dem Licht, dass dein Geist ausstrahlt, wenn er in Liebe ist. Die Zeitung, Ausschüttel, Foto, so weiß er nicht mehr. Diesen Meister, der sich selbst und frei, von den Fesseln der Gedanken, von den Fesseln der Zeit. Bring ich da, das Lebensvandala, Mein Kampf, Versprache, Geisel, was es sonst noch gibt. Sei es nur auch fantasiert oder auch real, Bürger ist die Wesen, die, dass sie sich befreien. Von dem Hafen und dem Reifen, an dem Augenschein. Hey, lass uns rausgehen an einem herrlichen Tag. Mit dieser bin ich gerne bereit, alles zu geben. Denn dies Leben bietet so viel mehr, denn dies Leben bietet so viel mehr. Hey, lass uns rausgehen an einem herrlichen Tag. Mit dieser bin ich gerne bereit, alles zu geben. Denn dies Leben bietet so viel mehr. Denn dies Leben bietet so viel mehr. Denn dies Leben bietet so viel mehr.